Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Ausschnitt aus FIFA Ultimate Team. Ich weiß nicht in welcher Folge das sein wird, ich werde es einfach irgendwo random hinzufügen, aber ich wollte es endlich mal machen, ganz ehrlich. Wir haben dieses Team of the Week Pack und da dachte ich mir, komm, machen wir das endlich. Ich bin gerade mitten beim Aufnehmen des Sprint to Glories und deshalb dachte ich mir kurz vorweg, mach mir das einfach. Hier, wie viel ist noch diese erste Saison am Laufen? Die dauert noch 14 Tage, aber ich bin in letzter Zeit eh nicht so fett am Ultimate Team zocken. Wie gesagt, ich zocke mehr Karrieremodus, einfach aus dem Grund, dass ich gerade das Sprint to Glory aufnehme. Dann, shop, komm. Achso, ich habe ja, ich habe euch ja noch nicht gezeigt, was hier für ein Team of the Week gerade ist. Hier haben wir das Team of the Week 6 mit Karim Benzema im Sturm, João Felix, Gnabry, Hummels in der Abwehr, dann den Khadetski im Tor. Also wir haben hier schon ein paar Bundesligaspieler, die auch gut sind, weil sonst hält es sich so in Grenzen, aber ich würde sagen, komm, öffnen wir das. Ja, schweren Herzens, komm, wir öffnen das. Shop, mal schauen, wen wir bekommen. Team of the Week pack, Deadline Day. Wir bekommen einen untauschbaren Spieler, das ist klar. Und ja, komm, öffnen wir es. Was bekommen wir raus? Komm, komm, bitte Benzema, das wird geil. Okay, kein Warcourt, aber 83er plus. Frankreich? 18M. Oh, nee, wer bist du denn? Lesmelu. Oh, je. Oh, je. Einer aus der Ersatzbank, oder? Lesmelu, wie viel wärst du eigentlich wert? Könnte ich dich verkaufen? Oh, je. Ach, du Heilige. Oh, natürlich, es hätte schlimmer kommen können. Wir haben hier noch diese Spieler. Wir hätten auch auf die treffen können. Boah, französische Liga, egal, vielleicht für SBCs, ganz ehrlich, weil den einsetzen werde ich definitiv nicht. Ich würde dann sagen, wer ist es auch wieder, von meiner Seite aus, mit dem kleinen hier, Schnipsel. Ich werde jetzt wieder in den Karrieremodus gehen und ein bisschen weiter in der Sprint to Glory arbeiten. Und ja, dann hoffe ich, habt ihr einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.